Okay, packen wir's an. Hi everyone. Pronti. Hallo, hi. Good morning everyone. Schwer so weit? So, können wir anfangen? Bin ready. Ready, let's go. Also ich glaube, dass AI unser aller Leben transformieren wird. Viele Leute denken ja, dass die künstliche Intelligenz einen ersetzt. Aber der menschliche Teil wird immer der wichtigste Teil sein. Es wird viel mehr Zeit freien. Dass ich mich auf meine Kernprobleme, nämlich das Trainieren von AI-Modellen, fokussieren kann. Ich denke, es wird wirklich, wirklich verändern und unsere Arbeit viel mehr spannender machen. Ich bin Jakubo. Ich bin Rolica. Hi, ich bin Christian. Theresa. Ich bin Isabel. Ich bin Martin. Mein Name ist Evgenia Loposchanske. Jean-Marc Zenklusen. Ich bin Jan. Ich bin Lina. Ich arbeite hier bei der KPMG im Cyber Teams. Manager im Transfer Pricing. Als IT-Auditor. Und ich bin Data Scientist im Digital Innovation Team in Financial Services. Wir in der Cyber Security beraten unsere Kunden in der Erreichung von Cyber Resilienz. Meine Aufgabe bei der KPMG ist es, Kunden im Finanzsektor vollumfänglich in datengetriebenen Themen zu beraten. Zu schauen, welches Tool kann ich wo anwenden, wo hat es welchen Mehrwert. To use more technology in their audit. Wir haben Daten, die von A nach B gehen und wir prüfen einfach die Integrität der Daten. Dass unsere Daten sicher bleiben. Also bevor ich zu der KPMG gekommen bin, habe ich Ad ETA Elektrotechnik und Informationstechnologie studiert. Software Engineering. Ich habe Wirtschaftsinformatik studiert. Technology Automation Engineering. Mit einer Spezialisierung auf Data Science. Also KPMG unterstützt uns sehr in der Weiterbildung. Auch tief ankerrt in unserer KPMG-DNA. Natürlich ist es aber auch Learning on the Job ganz essentiell. Also wenn du bei uns im Team auch arbeiten möchtest, musst du eigentlich Spass und Security haben. Innovatives Denken, das ist sicherlich sehr gefragt. For sure people that are very curious. That are passionate about new technologies. Not scared to try. The interest to have a collaboration with the client. Und auch Lust auf AI haben. Dare to do bedeutet für mich, neue Sachen auszuprobieren. Neue Technologien auszuprobieren. Den Mut haben dazu, das auszuprobieren. We are not afraid. We are not afraid. Wir haben keine Angst vor Veränderung und Innovation. Mit deruję. Wir haben diese